Das Leben wurde Ihnen einfacher gemacht. Öffnen Sie die Heckklappe, ganz ohne die Hände zu benutzen. Einfach mit einer Fußbewegung. Der Kofferraum kann so erweitert werden, dass Sie vieles transportieren können. Die Flexibilität des Grandland X bietet viel Platz für all das, was Sie vorhaben. Und im Inneren erwarten Sie die Ergonomie-Sitze mit Gütesiegel AGR, die sich um Ihr Wohlbefinden kümmern, mit mehrfach verstellbaren Einstellungen und optional als luxuriöse Ledersitze. Machen Sie es sich bequem und genießen Sie Top-Konnektivität mit der neuesten Generation des IntelliLink-Systems. So ist Ihr Smartphone immer perfekt verbunden. Nachdem Sie die ideale Temperatur eingestellt haben, kann es auch schon losgehen. Mit der richtigen Musik macht das Fahren noch mehr Spaß und Denon bietet Ihnen dafür das richtige Premium Sound-System. Ob Sonnendach oder Zweifarb-Lackierung, der Anblick von der Straße spricht für sich. Genießen Sie Ihre Weise. Opel. Die Zukunft gehört allen.